Und Willkommen zurück zu Couchplay, heute mit KungFuut! KungFuut! KungFuut, wieder mit dem... den kennen er ja glaube ich schon, oder? Nee, nee! Nicht? Okay, das ist Rewi, das ist Errotpilz und ZipzLP, alles in der Videobeschreibung! Hallo! Und bis im nächsten Paar! Tschüss! Aua, aua! Guck mal, von zwei Seiten werde ich hier zugewonnen! Richtig, die Penetration! Double Penetration! Warte, dann lass uns mal nach links gehen! Guck mal hier! Hallo! Ne, warte, ne, wir gehen nach rechts, da sind ja andersrum in dem Video, oder? Stimmt, ich bin dieser grüne Schwanz! Ja! 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 Ne, wir sind nicht andersrum! Warte, ich bin der hier! Wir sind doch links! Ich bin rechts! Aber du bist links! Felix, du musst... Felix! Ich bin doch schon links! Du musst nach rechts! Achso, ich muss nach rechts! Genau! So! Komm! Jetzt geht los! Ja, ich leck mich da runter! Nein! Komm jetzt! Yeah! So, und los geht's! Wir müssen einfach ins Tor schießen mit dem Ball! Einfach vor allen Dingen! Das ist voll schwer herauszufinden, wo man ist! Oh mein Gott! Jetzt bin ich hier! Bam! Oh fuck! Nein! Ein Tor! Ja! Ja! Wir haben die Stirn geschlagen, ey! Nein! Sehr gut! Nein! Jawoll! Nein! Ihr habt euch zu früh gefreut! Jawoll! Ja! Nein! 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 Jawoll! Oh, guck mal! Rot wird es nach Torwart! Okay Felix, halt du das toll im Auge! Nein! Nein! Genatzt! Ja! Oh! Oh! Scheiße! Meiner kann gar nichts! Meiner ist einfach nur fett und dumm! Passt doch zu dir! Meiner ist voll klein! Ja genau! So haut der mich! Ah Felix! Nein! Bäm! Da hab ich schon reingemacht! Jawoll! Meiner ist voll fett und langsam! Nein! Oh mein Gott! Ich halte den Amy zurück! Ey! Hör auf! Das ist nicht fair! Der Peter schlägt! Hörst du auf! Ja! Boah Alter! Kann man doch irgendwie rennen oder sowas? Ne! Kann man doch irgendwie nicht! Ja! Doch! Mit dem Knopf! Unten der! Felix! Hast du! Hast du! Alles cool! Nein! Ich hab zurück gespielt! Warte jetzt jetzt jetzt! Power! Alter! Ja! Der geht noch rein! Ich glaube takt Junge! Felix pass auf! Felix pass auf! Der kommt runter! Der kommt runter! Pass auf! Ja nice! Hast du! Scheiße! Alter! Komm Sebastian! Oh ja! Oh mein Gott! Nein! Zurück! Nein! Jawohl! Was für ein Spiel! Ich muss noch eins machen! Nein! Ja! Boah! Felix! Du hast den Spreng! Shit! Alter macht gar nichts! Beweg dich! Nach rechts! Ich konnte nichts machen! Aua! Komm jetzt! Ich krieg ja voll die Bitch Slap! Aber richtig! Komm schieß rein! Voll Längerung! Ja! Alter macht gar nichts! Ich hab einfach gar nichts gemacht! Ich hab einfach nur existiert! Auf ein neues Spiel! Auf ein neues! Best von drei! Aua! Eigentor! Mach doch! Hier! Der ist nur dem Tor! Nein! 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 Das ist auch zu ner! Ich kann auch ins Tor! Okay! Aber du kannst ja besser oder was? Weiß'n nicht! Jawoll! Felix hast du! Boah nice! Rüber! Hui! Voll das Pennis Spiel hier, ey! Hör mal auf! Wir dürfen gar nichts machen! Oh! Du hast lange aufgeladen! Komm! Den Peter hier eine klatschen! Komm wir schießen den raus! Nein! Nein! Alter! Übertreibet nicht. Doch, doch. Kriegst eine Babocelle. Komm. Ja, der war gut, der war nice. Du warst das? Pass auf, Sebastian. Nein. Ja, ja. Pass auf, jetzt. Boah, hast du den Kick gesehen, Digger. Digger. Dann darf ich mich so aufladen, das ist ein bisschen blöd. Wir werden hier nur abgezogen. Boah, schieß. Bam. Das will ich aufladen, bringt gar nicht so viel, glaube ich. Ja, hast du, hast du. Nein, warum bin ich denn unten, what the fuck? Habe ich gar nicht mitgekriegt. 4 zu 1. Hammerhard hier. Komm, wir müssen angreifen. Action, action, action. Action, action. Hast du, hast du, hast du. Nein, was? Ich habe gesagt, hast du, wenn du nicht... Mensch. Genats. Ich habe schon gedacht, das ist die Bombsflöse next. Meiner. Jawohl. Nein, hast du, hast du, hast du. Ja, nice. Warte, Sebastian, ich habe einen Plan. Oder kurz davor. Ne, lass den. Ich auch. Ey, ja, lass ihn wieder raus. Christian. Arzi. Du, nein. Schieß rein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich habe ihn, ich habe ihn, keine Sorge. Jetzt reinschießen. Geh weg da. Ja, was nicht für eine Reichweite haben in meiner Faust. Nein. Schieß rein, schieß rein. Ich war cool in den Torwart. Er hockt da unten. Ach, Mann. Oh, Mann. Digga. Der Best-Op 3 kann man schon vergessen, ne? Ja. Hallo, 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 ich bin Revi, hallo. So, doppelt. Okay, wer jetzt gewinnt, gewinnt. Gehst du wieder zur, Felix? Ja. Aber wo bin ich, Alter? Ey. Oh, sorry. Der hört auf, da immer einen zu schleudern. Warum? Der steht da nur immer die ganze Zeit. Nein. Was ist mit dem los? Komm, du hast ja jetzt, haben wir den weg. Bam. Ich glaube, hier noch muss ich picken. Ja. Oh, Toiletten haben wir hier leider nicht. Scheiße. Binkel auf dem Balkon. Im Studio hier. Alter, ich mach. Was ist da denn los? Guck mal, ich deh einfach nur hier und existiere wieder rum. Mehr mach ich gar nicht. Bam. Und ich bring immer genau dann, wenn der Ball kommt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sehr gut. Oh. Falsche Richtung. Schön geblockt hier vom Spieler neben rein. Und jetzt. Und. Nee. Falsche Richtung. Hopp. Nein. Jawoll. Da ist er wieder. Alter, die ziehen uns. Bam. Und da ist er wieder drüber. Ey, der ploppt mich hier. Und bam. Der macht immer dasselbe. Genau, haut euch selber. Tor ist frei. Nein. Alle vier den Ball hat er. Ja. Geh zurück ins Tor. Geh zurück ins Tor. Ja. Nein. Oh mein Gott. Nein, wieso machst du denn nichts? Der macht jetzt hier. Nein, mein Typ, der hat einfach, der hat einfach irgendwie in der Luft Schlagerfall bekommen gar nichts gemacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jawoll. Komm, dann knick in die Runde hier. Ist aus und vorbei. Komm, der geht noch. 31 Sekunden noch. Oh, go, 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 go. Nee. Oh, oh. Oh, Sebastian. Komm schon. Ja, ja, ja. Warte, der landet. Nee, nee. Nee, nee. Boah, der war nice. Der war nice. Bam. Boah, hat der eine riesige Hand, ey. Massenschlägerei. Ihr meint mein Grüner, ne? Ja. Bam. Die Masturbationszeit. Der alte Fister. Mit der Fisting-Faust. Aber war knapp. Jungs, war knapp. Gutes Spiel, ne? Aber gut, die haben ja nicht gewonnen, oder? Aber besser aus drei, würde ich sagen. Von daher. Die Besseren müssen auch mal gewinnen. Ja. Na gut, andere Teams, anderes Game in der nächsten Runde, ne? Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.